Ich bin drei und sieben Jahre alt, ich bin in Bremen geboren, bin in Bayer aufgewachsen, ich habe hier vorne schon gesehen, Bayer on Tour, ich glaube, wir sind sogar zusammen zur Schule gegangen hier vorne, ja, also man trifft sich tatsächlich immer wieder. Und ja, einige durfte ich auch schon kennenlernen, sei es bei der Fanfluchtmeisterschaft im Saarland war ich dabei, leider nur ein kurzer Triff, aber es war sehr schön vor Ort mit sehr viel Leidenschaft und Begeisterung auch der Teams. Ich war jetzt im Zillertal unterwegs, habe einige kennenlernen dürfen, habe eine Runde Bier ausgegeben, den einen oder anderen Schnack gehabt, das war natürlich auch toll, sehr aufschlussreich. Ich bin immer wieder begeistert, von wo die Leute anreisen, wohin die Leute anreisen, um Werder zu unterstützen, welche Leidenschaft ihr einfach, um uns zu unterstützen, anzufeuern und uns die Treue haltet, ob aus Potsdam oder aus Frankfurt, NRW, wo ihr alle herkommt. Ich bin immer wieder begeistert und freue mich darüber, dass wir so einen tollen Support haben und Unterstützung und das zeigt es heute auch wieder. Und natürlich wollen wir auch viel zurückgeben, deswegen wir wollen wieder anfassbarer werden und das ist jetzt so der erste Aufschlag, nachdem wir, ja, ich glaube, drei Jahre keine richtige Veranstaltung hattet, wir nicht zusammen Weihnachten feiern konnten. Und jetzt wollen wir wieder starten. Heute ist der Auftakt für Main, hat es gesagt. Und es wird natürlich auch im Winter wieder eine Weihnachtsfeier geben, sodass wir alle wieder näher zusammenrücken können, die Jahre mit Distanz hoffentlich hinter uns gebracht haben. Ja, und ich freue mich sehr, das mit euch angehen zu dürfen. Jetzt haben wir hier noch ein paar tolle Menschen hinter mir stehen, die auch gerne noch was sagen möchten. Auch Hubertus möchte ich nochmal das Wort gönnen. Und ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit Jahre mit euch und habt auf jeden Fall sehr viel Spaß.